Und da sind wir um angekommen. Ist doch schon die Spitze, oder was? Hey, Tragosso! Mordi, was hast du vor? Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das? Was? Ein G-G-G-Geist? Ein G-G-Gespenst? Ein G-Gespenst! Verlasse diesen Ort! Verlasse diesen Ort! Okay. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Puckmann-Gelb. Verlasse diesen Ort! Wir kommen nie wieder! Ja. Die Geister im Turm. Trrrr! Ja. Okay, das Trag jetzt sogar in den Geist verscheucht. Und Kostro! Mhm. Da gab es ziemlich viele von dem Turm. Draußen sieht ziemlich unheimlich traurig aus. Ziemlich unheimlich, ja. Es ist die Treppe nicht nur runterstampft. Ah, okay. Ähm. Geister im Turm. Äh. Was? Da hast du die Geister und... Geister im Turm. Weg von mir! Elendes Gespenst! Äh. 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 Alles klar. Exorzistin greift an. Cotroni heißt sie. Mit einem Nebulapf. Los, Becky. Du schaffst das! Äh. Ich sollte wirklich mal ins Puckmann-Center gehen. Oder ich lauf halt noch mal hoch. Wenn ich besiegt werde. Na komm. Nebulak werden wir doch wohl noch besiegt kriegen. Flackerbrand. Barats. Nice. Nebulak besiegt. Das war's. Becky erhält ein paar Erfahrungspunkte. Exorzistin besiegt. Achso. Die hatte zwei Pokémon. Na dann halt nochmal. Flackerbrand. Nun so. Ist ausgerichtet. Und zack. Nebulak Nr. 2 besiegt. So. Erfahrungspunkte. Und Exorzistin besiegt. Puh. Das Gespenst hat meinen Körper wohl verlassen. Du hast es vertrieben. Du gewinnst 1.000 Pokémon-Dollar und gesiegt hast im Kampf gegen die Exorzistin her. Tja. Heute findet kein Exorzismus mit mir statt. Nicht mit mir. Ö. Ähm. Gespenst. Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Und dann komm ich wieder. Genau so. Hier unten. Du wurdest auf mysteriöse Weise ins Erdgeschoss zurückgebracht. Auch gut. Dann können wir kurz mal das Bugman-Team heilen und dann wieder hoch gehen. Wirklich das Örtchen. Äh. Den Ort. Ö. Was. Ähm. Ich wollte kurz ins Bugman-Center. Hilfe. Da kommen wir auf Buffet von Giovanni. Extra nach Lavagna. Und dann hast's. Dann ist von diesem alten Knacker Futschi weit und hat keine Spur. Und dieser einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Bugman-Tons. Oder? Genau. Aber auch nur, weil uns dieses selten Gespenst den Weg versperrt hat. Das Tragosso. Okay. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie's aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schlappen wir uns einfach das Tragosso. Und die wollen es im Versteck ab. Belenzende Idee, James. Also. Auf ins Rugged-Dema-Paradies. In Presmania City. Ja, verratet noch euer Geheimnisversteck. Nicht, dass das wenigstens offensichtlich wäre, aber. Ja. Verratet's noch. Sagt's noch laut. Schreit's noch laut in der Stadt rum. Trrrr. Aber natürlich, mein Kleiner. Deine Mama ist auch in Presmania City. Okay, James. Und deine Tante Jessie bringen dich hin. Also kommt drauf mit in Ordnung. Trrrr. 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 Amorti. Abgemacht. Dann mal nichts wie los. Trrrr. Ok. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Trrrr. 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 So. Ein neuer Tag. Ein neues Glück. Neues die Kamera wäre dann wieder geladen. Äh ne. Der 3D erteilsナ lieb. Die Switch wäre wieder geladen. Die Switch wäre dann schon wiederACELADEN. Hier ist man die Switch ausgegangen. Ok. Spiel wir mal weiter. Ab ins Pokémon Center. Da wollten wir ein Pokémon Team heilen. Und dann weiter nach obenwann nach oben ein Turm. Lavalmiraturm. Das ist unser Ziel. Da müssen wir weiter nach oben kommen. Und dieser Part steht ganz im Zeichen des Navaniatoms. So schaut es aus. Ich würde aber gerne kurz mal was ausprobieren. Ich hoffe die Sonne spiegelt nicht zu sehr im Display. Ich habe versucht alles so gut wie möglich abzudunkeln. Aber noch ist es hier draußen. Na ja. So ich wollte mal was ausprobieren ob das funktioniert. Es funktioniert. Jetzt habe ich hier mit dem zweiten Joycon. Ich spiele gerade mit dem linken Joycon. Jetzt habe ich mir in den rechten genommen und habe einmal geschüttelt. Cool. Ah, wieder verschwinden. Cool. Da kann man jetzt mit Freunden zusammenspielen. Jetzt könnte hier ein zweiter Multiplayer, jetzt könnte hier jemand mitkommen und mitkämpfen. Ja, ich habe leider hier gerade keinen, der da mitspielen kann. Aber ja. Also verschwinden mal lieber. So. Machen wir alleine weiter. Was ich nochmal getestet habe. Funktioniert also. Im gleichen Look wie wir. Muss man mal sagen. So. Hinauf geht's. Und dann gehen wir mal hoch an die Spitze. Wo wir im letzten Part verkackt haben. Sind wir im letzten Part. Ja, ich glaube bei den Trainern sind wir. Ah, den Geistern müssen wir ausweichen. Sonst müssen wir wieder von unten anfangen. Okay. Hier gibt es ein Item. Ja. Item. Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Nein. Da bin ich zurücktrend deportiert. Du wurdest auf mysteriöse Weise ins Erdgeschoss zurückgebracht. Mann. Ich wollte doch nur dieses Item haben. Das Item. So unwichtig es auch sein mag. Ich will es einsammeln. So. Hier geht es lang. Da kommen die ersten Geister. Nein. Oh nein. Hätte ich umgehen können. Aber was sonst. Krrrr. 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 Das sind die Worte die sie sagen. Jetzt kommt es der Herausforderung. Krrrr. Und gar. Exorzisten Tomiko fordert es dich heraus. Mit einem Pokémon. Und das ist ein Nebunak. Krrrr. 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 Ja. Seltsame Geräusche. Die Geister kann man so von sich geben. Ähm. Ja. Wie wäre es denn direkt mit Ranken gibt. Ja. Mal schauen was das bringt. Ja. Nicht schlecht. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Nachtsnebel. Alles klar. Das ist auf jeden Fall sehr starker Tappen. Schlecht ist es nicht. Und wahrscheinlich auch sehr effektiv gegen Pepe. Jo. Aber das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch gebacken. Und wenn nicht mit Pepe dann mit wem anders. Das Team ist jetzt. Zumindest fast. Und mit Geheld. Der Pepe ist ein bisschen angeschlagen. Aber ja. Ansonsten müsste das Team ja eigentlich kampffähig sein. Jo. Dann nehmen wir doch mal. Ähm. Alpha. Kann der mal versuchen. Anzugreifen. Die müssen wir auch ein bisschen tanieren. So. Dann Versuch mal Konfusion. Na ja. Auf dem Geister Bugmann. Ich weiß nicht. Ob das das bringt. Aber. Den Versuch ist es wert. Verbrennung. Ok. Na komm. Konfusion. Nächstens ein bisschen was. Jo. Nicht nur ein bisschen was. Einiges hast du gebracht. Wo das siegt. So. Einige Fahrungspunkte. Bleck hier rechnen wir 28. Risiko Tackle. Jo. Warum nicht. Ähm. Stärke 120. Genauigkeit 100. Nein. Ja. Was verlerne ich denn. Doppel Kick auf keinen Fall. Stern Schauer hat sich bisher auch bewährt. Naja. Keine Genauigkeit. Ich glaube Stern Schauer machen wir mal. Risiko Tackle. Body Check. Ja. Ok. Machen wir Body Check. Jetzt Zeit und Schub. Body Check vergessen. Und Risiko Tackle erlernt. Dann haben wir Stern Schauer. Schauen wir mal noch was dabei. Ist gut. Kit versuchte Wirbelwind. Ist zwar der. Wow. Es flert. Und hier auf einmal. So. Wirbelwind. Nein. Was klickt denn hier mal. Ja. Ich spiele jetzt hier mit dem linken Joy-Con. In der Hoffnung dass das. Zumindest ein bisschen Erleichterung bringt. Ach. Was denn das für eine lachen. Anguschen Attacke. Ne. Lass mal lieber. Exorcist der Musik. Ha. Uah. Was mache ich hier endlich. Du wirst 1.000 Pokémon Dollar. Gehst du gleich fest im Kampf gegen die verwirrte Exorcist den Heffern. Die war wohl wahrscheinlich selbst unter Dämonen Einfluss. Du hast 3 Poké-Bälle. Ja. Vielleicht läuft es ja mit dem linken Joy-Con besser. Da bin ich mit der Steuerung noch nicht ganz vertraut. Aber ja. So. Hoch. Hoch hinaus. Ein weiteres Item. Was haben wir da. Einer Fluchtzeichen. Ja. Das können wir gebrauchen. Das ist kein schlechtes Item. Das kann man nehmen. Puh. Ausweichen allen Trainern und allen Geistern. Puh. Da ist noch ein Item. Ja. Whisky-Tisky. Muss vielleicht nicht unbedingt sein. Hoch. Gehen wir hoch. Oh. Was haben wir denn da. Ein Pentagramm in der Mitte des Tor. Ah. Geist. An der müssen wir wohl vorbei. Schaut so aus. Als könnten wir uns nicht dran vorbeischnechen. Ja. Da können wir uns auch gleich das Item. Was hinter dem hintersten Grabstein liegt. Schnappen. Werde. Eine. Von. Uns. Ja. Oder eher. Ne. 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 Lieber nicht. Eine Exorzistin. Ne. Ist nicht so mein Traumberuf. Ok. Das stimmt. Do physique-Tisk werden. Kiegne den da. Übersetzung nicht dettich. Schnapp auch. so wie wäre es mit Flakverband, das muss doch was bringen Tiefschlag, oh ok das bringt nicht viel wow ok Apollos was fast besiegt also Apollos auch ein ebeles Spook One wie geht es sich zu Gengar weiter oh fast besiegt, noch ein kleiner Schlag dann haben wir das Sternschauer na komm lass es wirken hat keine Wirkung, verdammt und hat wahrscheinlich die andere Risikoteckel genau das ich weiß nicht was der hier zu suchen hat aber es hat wahrscheinlich auch nichts zu tun was für ein Albtraum du gewinnst ein bisschen Geld und 3 Pokémon und gehst die Kraft im Kampf gegen die Exorzisten hervor du findest ein Nugget Geistero oh wei was haben wir denn hier in der Mitte du hast durch du hast einen du ich spirituelle Kraft geschützten Bereich betreten deine Pokémon wurden vollständig gehellt ah sehr gut sehr nice dann können wir jetzt gegen sie kämpfen geben gib dir deine Seele bestimmt nicht hol dir die Seele von einem anderen Menschen meine kriegst du nämlich nicht so dann haben wir wieder Alpollo 3 Pokémon hat zu ihrem Team oh wei oh wei kokowai ja Rankenheap das hat beim letzten zumindest etwas gebracht vielleicht können wir damit auch Alpollo besiegt Verbrennung ist bei einem Pflanzenzyk vielleicht nicht das ultimativste aber ja ok das bringt nicht allzu viel den Kopfnuss brauchen wir nicht zu versuchen das ist generell nicht effektiv wie wir vorhin gesehen haben glaube ich zumindest dass das so ist ja das bringt nicht viel aber ich würde gerade sagen ich würde gerade sagen Frasaljot Alpollo vielleicht Schlafpuder hat das Hörpunkt können wir das zumindest noch nutzen ah Alpollo ist eng geschlafen sehr gut das kann uns weiterhelfen so dann kämpfen wir mal mutig weiter mit Rankenhieb solange wir noch können ja es ist auch gut mal ein paar Züge frei zu haben wir sollten eigentlich einen anderen nehmen aber was soll ichs ein paar Schläge hin oder hin oder bevor es wieder aufwacht ein paar Schläge ein paar Hiebe ein paar Rankenhiebe dann kommt Pepe brennt ja ist für ihn äußerst schlecht aber alles klar mit zu einem Augen sieht er auch irgendwie ein bisschen seltsam aus und er schläft weiter er pennt einfach Rankenhieb wach auf ne wach bitte nicht auf Verbringung schadet Pepe ja wird trotzdem vernetzt oh da ist er aufgewacht ich hab das Wach auf zu laut gesagt Mann das konnte ichs nicht nochmal einsetzen jetzt ist er wach ähm wie wärs nun Blacky ja kein Blacky doch einfach mal kämpfen Blacky kriegt das schon gebacken so im Flackerband scheint hier die einzige Attacke zu sein die irgendwie Sinn macht bei Apollo zumindest bei Apollo besiegt das war ein total Hit im ersten Angriff besiegt nein nicht im ersten aber Blacky hat es im ersten Angriff geschafft Nibunak da waren es nur noch 2 na komm flacher Band das noch gelingt AP auf diese Attacke ja nice da sind wir gleich wieder raus hier gibt es auch solche Heilkreise das finde ich ganz interessant weiter kämpfen Nebulak also ein Alpollo und 2 Nebulak den Dengar hat sie nicht mehr dabei schade das hätte ich echt gerne gesehen hier im Kampf gegen Dengar würde ich gerne kämpfen das ist echt nicht schlecht das ist kein schlechtes Pokemon das ist kein schlechtes Pokemon Kulch du gewinnst 1000 Pokemon oder du gehst siegreich aus dem Kampf gegen Lahl da rasple ich mich wieder gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Exorcisten hervor und er hasst 3 Pokebälle als Mitglied der Gengar Gang als Mitglied der Gengar Gang bin ich besonders gespannt offiziell gespannt auf den Angriff der Geister wieviel ok noch ein Kampf immer weiter gehts hier hinauf auch wenn das jetzt eigentlich der falsche Weg ist aber wir können jetzt schon mal den Weg ebenen können wir uns schon mal durchkämpfen können wir schon mal einen Weg machen damit wir später nochmal hier hoch können weil das müssen wir auf jeden Fall das ist eine momentan können wir das noch nicht da brauchen wir auch die Silph Scope Disc dieser die Batterie die uns die Geister erkennen lässt und uns da einen Weg zur Kutze verschafft aber wir können es ja zumindest schon mal hinwagen wir können uns schon mal den Weg bereiten und ja ich werde euch schon mal zeigen wo wir später das Silph Scope brauchen ich glaube das Silph Scope macht halt die Gäste dazu Pokemon überlebt sie sozusagen wieder das ist der Stein der Auferstehung aus Harry Potter das ist der Stein der Auferstehung aus Harry Potter er ruft die Toten wieder ins lebendige lebendige ich zeige ihn zurück Kratzfurya na super gerne ach Enton ähm dann mal gegen Routenschlag warum auch nicht 1,2 und Flix hat Routenschlag vergessen und Flix hat Kratzfurya erlernt Elfarich Level 17 nice Jekro besiegt BUUUH du gewinnst 1.000 Pokemon oder Gehst Siegreich aus dem Kampf Siegreich das kann ich irgendwie nicht aussprechen ja besser so Gehst Siegreich aus dem Kampf gegen sie hervor und erheißt 3 Pokébälle so noch ein Pokéball mit einem Item drin ein Hypertank Hypertank können wir auf jeden Fall gebrochen so voran oh was kommt denn da ein riesiger Geist oh oh verlasse diesen Ort ach an dem kommen wir jetzt nicht vorbei oder was Ivo Bleck gezittert vor Angst es traut sich keinen Schritt weiter ok der Weg ist versperrt und wird gehalten von denen die tot sind und die Tochter enthalten ihn der Weg ist versperrt immer Herr der Ringe zu zitieren verlasst diesen Ort das Buch natürlich das Buch zu zitieren ok ja da brauchen wir dann das Silk Scope um ja den riesigen Geist und alle anderen Geister zu zerstören und dann vorbei zu kommen verlasse diesen Ort und komm nie wieder ja so schauts aus und Blecki hat Angst ja dann lassen wir uns doch am besten von so einem Geist runter zu katapultieren verlasse diesen Ort verlasse diesen Ort auf magische Weise wurde ich runter hier ins Erdgeschoss na dann wie siehts aus da werden wir wieder in Lavandia da haben wir den Turm erkundet und den Geist gesehen wir haben Geister gesehen so jetzt gehts dann wahrscheinlich hier lang auf dieser Route da sind zumindest die Rocketrübe lang gerannt hast du das auch gerade gesehen Team Rocket hat einfach so das arme kleine Trogosso mit geschleift offenbar wollen sie nach Prismania City wer weiß was sie mit ihm vorhaben am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske ok dann sind wir wohl auf dem Weg nach Prismania City in den nächsten Port oder im nächsten Port in Zahlen mal schauen so machen wir das Bugma Team heilen und dann können wir aufbrechen auf dem Weg nach Prismania City na dann unseren Trauerflor gehts jetzt weiter durch die Gegend fragt mich bloß warum wir da nicht dort unten lang gehen sollen auf Route 12 stattdessen sollen wir dort lang naja ok Route 8 na dann ich schau kurz auf die Uhr wie viel Zeit wir noch haben ich musste auch mal die Aufnahmepausierung mal gucken wie lange die schon aufgenommen hat die Zeit mal anschauen ein klein wenig können wir noch also gehen wir schon mal auf Route 8 in die Richtung ok haben wir schon die erste Trainerin überraschenweise von der Seite Questfrage welches Pokémon ist vielleicht süß rund und kuschelig Nebulak auf keinen Fall Du wirst es mir bestimmt gleich verraten Schönheit Daniela fordert dich heraus Schönheit Daniela setzt Pipi ein Achso ja Pipi aber das ist ja naja das ist nicht wirklich rund ja ein bisschen aber bei rund dachte ich eher an Voltoball oder an Nektoball oder an Nebulak steht da Spank vielleicht noch ein bisschen Spank vielleicht noch ein bisschen Did you know what I mean Ja Ich bin gerade selbst ein bisschen erschreckt über mein schlechtes Englisch So das kriegen wir noch Platz das Pipi Das wird auch kein Problem sein Metronom Ok Schwingt den Fingern Ok Löst Sonnenlicht aus Ok Lieb Er kommt fast zur Hälfte Das ist schon besiegt Solarstrahl Oh oh Das könnte wehtun Autsch Ok Pipi hat es ausgehalten Na dann Hau weiter darauf zu Auf das Pipi Solarstrahl ist tatsächlich eine starke Attacke Also das ist gar nicht mal so schlecht Oh Da werden wir geboxt Oh oh Das werden wir noch getroffen Rankenlieb Jep Tridi ist schon fast am Boden Weiterhin Rankenlieb Na komm Metronom Bringt ja nicht viel Schwingt den Finger und löst Aqua Knarre aus Achso Ö Der kann sich einen Antrag aussuchen Oder so Naja oder zufällig eher Ja gut So Flix kriegst du den Rest hin Kriegst du ganz Flix den Rest Von Pipis Capi Untergezogen Mit Konfusion Ja warum nicht Metronom So Schwingt den Finger und löst Zarschneider aus Verfehlt 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 Verächter Verfehlt 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 zu meinem Pipi. Du hast es doch auf mich gehetzt. Nicht ich habe Dich angegriffen, sondern Du hast mich angegriffen. Wollen wir hier gerade mal feststellen. Nicht ich fordere Euch heraus. Ihr tut es mit mir. Du hältst Drei Pokémoner. So und weiter geht's auf dem Weg nach Trismania City. Spaltschnitt. Da können wir hier das hohe Gras mal latschen. Allen ist klar ein Vulpix. Auch nicht schlecht. Könnten wir uns eigentlich mal fangen. Aber ich bin auf dem Weg nach Prismania City. Ja, obwohl. Hier haben wir noch eine Trainerin, die uns gleich herausfordern zieht. Fangen wir uns noch in Vulpix. Haben wir zwar schon einige davon. Aber was soll es. Zielen und werfen können wir das auch mal in diesem Part. Oder wieder rausgefangen. Vorausgesehen wir schaffen das. Vorausgeschafft wir sehen das. So ungefähr. Vulpix wurde gefangen. Jo. So. Diktar kriegt ein neues Level. Diktar ohne Namen. Oh. Diktar entwickelt sich. Aluna Diktar entwickelt sich. Oh. Nice. Thomas Gottschalk entsteht. Da 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 da. Nice. Blickwunsch. Ein Diktar wurde zu einem Thomas Gottschalk. Für Thomas Gottschalk wurde ein Eintrag in Pukalex angelegt. Obwohl sie Drillinge sind, unterscheiden sie sich die Metallanteile in ihrem Körper jeweils leicht. Das beweisen ihre unterschiedlichen Haarstile. Ah ok. Trotzdem Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk versucht Triplette zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Triplette ersetzt werden. Ja. Wie wäre es denn mit Schlitzer. Ja. Warum nicht. Was auch immer Triplette ist. Wird auf jeden Fall hilfreich sein. Eins, zwei und schwupp. Thomas Gottschalk hat Schlitzer vergessen und Triplette erlernt. So. Nice. Vulpix wurde in die Box gelagert. Na dann. Ich würde mal sagen. Dömmchen nach oben. Sollt euch dieser Part gefallen haben. Lasst ihr noch mal auf meiner Kanalseite seid. Und ja. Kein weiteres Video, wenn ihr mal den Zornfest verpassen wollt. Habts noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Im nächsten Part gehts weiter auf dem Weg nach Prismania City. Man sieht sich. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Sag dich schon. Ja. Haut da rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.